Und der Schwarm schreitet voran. Okay, Spaß beiseite. Ich bin DonF204 und in diesem Video werde ich euch ein paar Updates und Pläne für die zukünftigen Streams meines Kanals geben. Aber vorher habe ich noch eine kleine Info für euch, falls Interesse besteht. Chris bzw. Sui Shomaru hat nach einer Mapping-Hilfe gefragt oder Mapping-Unterstützung, was auch immer. Für sein RPG-Maker-Spiel oder überhaupt sein Spiel. Ich weiß gar nicht. Ist das mit einem RPG-Maker gemacht? Ist auch egal. Ah, RPG-Maker-XP. Ja, es ist mit einem RPG-Maker gemacht. Elements Destiny heißt das Ganze, das Spiel. Und dafür sucht er Mapping-Unterstützung. Wie gesagt, ihr sollt das Ganze an elements.destiny.suishomaru.de schicken. Also eure Bewerbung. In dem Fall eine gezeichnete oder gemappte Umgebung. Ein Konzept reicht völlig aus. Gebt euer Bestes. Schickt es hin. Am 9. Mai hat er das auf Twitter gepostet. Ich denke mal, er wird auf jeden Fall noch ein bisschen warten. Und noch auf ein paar Antworten warten. Wir haben jetzt hier den 15. Mai. Also es ist schon jetzt sechs Tage her. Ich denke mal, das Wochenende wird er bestimmt noch warten. Gebt euer Bestes. Zeigt, was ihr könnt. Schickt ihm eine E-Mail. Grüßt ihn von mir. Macht die schönste Map, die ihr je gemacht habt. Und hey, Piggy, hallo. Und ja. Gebt euer Bestes, wie gesagt. Hier macht mit. Vielleicht könnt ihr bei dem Spiel ja helfen. Elements Destiny. Vielleicht seid ihr ja, sagen wir mal, gut genug. In Anführungszeichen. Ich weiß nicht, wie gut man da sein muss. Ähm, ich werde mich nicht bewerben, weil ich habe tatsächlich nicht so wirklich die Zeit dafür. Ansonsten hätte ich es natürlich gemacht. Ähm, tut mir leid, Chris. Haha. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, okay, gut. Kommen wir zu meinem Kanal. Und genau, zu den Punkten, warum ich eben keine Zeit habe. Ähm, weil das ist ja im Grunde die Beschäftigung, die ich dann stattdessen tue. Ähm, gut. Und als nächstes werde ich, heute ist Freitag, der 15. Mai. Werde ich am 16. Mai. Also, morgen. Ähm, als allererstes mal einen Stream starten um 15 Uhr. Also, so ziemlich genau in 24 Stunden von mir aus gesehen. Jetzt, also wenn ihr das Video hier seht, ist es schon ein bisschen weniger Zeit. Aber es ist egal. So, und wir möchten mein Spiel, was ich mal geplant hatte, hier, ähm, genau, Apfel Quest, Donja Apfel Quest, das Spiel möchte ich nun endlich mal anfangen. Und da möchte ich, ähm, einen Stream starten um 15 Uhr, grob erklären, worum es geht in dem Spiel, ähm, meine Pläne diesbezüglich, ähm, erläutern. Und eines sage ich schon mal vorweg, das nehme ich schon mal vorweg, ähm, ihr könnt mitmachen bei dem Spiel. Ihr könnt, ähm, mitplanen, mitentwickeln, ähm, Ideen einreichen, ihr könnt Grafiken erstellen, Musik erstellen, ihr könnt alles mögliche machen und mithelfen. Und jeder, der mithilft, wird auf jeden Fall natürlich in den Credits genannt, das ist sowieso klar, ähm, da reden wir nicht drüber. Und, ähm, ja, ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, bei meinem Spiel mitzumachen, ein paar Entscheidungen zu treffen. Und wenn es nur kleine Entscheidungen sind, wie ein Charakter heißt, oder was ein Charakter sagt, etc., ihr könnt auf jeden Fall live dabei sein, wie ich einem Spiel ein bisschen werkle, dann die nächsten Wochen, Monate, Jahre, je nachdem, wie lange es dauert. Ähm, wie gesagt, ich werde aber auf jeden Fall, was auf jeden Fall der Fall ist, ähm, jetzt nicht mehr groß darüber reden, sondern es morgen dann vorstellen. Und, wie gesagt, ihr könnt mitmachen, ein bisschen mitplanen und Spaß haben. Und ihr könnt auch auf jeden Fall alle weiteren Fragen diesbezüglich dann morgen live um 15 Uhr stellen, am 16. Mai 2020. So, also, stellt alle Fragen dann live und dann werde ich euch das ganze Spielkonzept nochmal vorstellen und was ich geplant habe. Ja, gut, kommen wir zum nächsten Punkt, dann um 21 Uhr, auch wieder morgen, am 16. Mai 2020, und 20, werde ich Cast Away the Odyssey, ähm, weiterspielen, als Live-Let's Play, also als Stream. Und, falls ihr es noch nicht durchgespielt habt, ladet es euch bitte runter und guckt euch auf jeden Fall nochmal das Let's Play an, vom ersten Part, sonst kommt ihr vielleicht im zweiten Part nicht ganz mit, worum es geht. Ähm, und, ja, seid auf jeden Fall mal dabei, morgen um 21 Uhr, wenn wir Cast Away the Odyssey weiterspielen. Ich bin sehr gespannt. Ähm, und wenn ihr schon mal dabei seid, meine Let's Plays zu gucken, könnt ihr auch gleich mal Let's Play Insel der Veränderung auch noch gucken. Das ist nämlich ein richtig guter Spiel, aber die sind beide richtig cool, beide richtig cool. Ähm, ähm, gut, haben wir das auch erklärt. Und, ähm, jetzt kommt das Allerwichtigste, am Sonntag geht es dann wieder weiter mit Twitch spielt RPG Maker. Ich hoffe, ihr seid dann am Sonntag, ähm, sagen wir, 15 Uhr, wie beim letzten Mal, auf Twitch. Das wird vorerst die letzte Beta sein, dann mache ich eine kurze Pause, werde dann das Ganze ein bisschen umprogrammieren. Ähm, die ganzen Ideen, die mit, während der drei Betas dann gekommen sind, werde ich dann versuchen umzusetzen. Dann nochmal irgendwann in ferner Zukunft, da muss ich mal gucken, wie schnell ich das dann, ähm, implementiert bekomme alles. Ähm, werde ich dann auf jeden Fall nochmal eine Beta machen und gucken, ob alles funktioniert, so wie ich das geplant habe. Und dann werden wir dann langsam anfangen, dann die Vollversion quasi zu machen von der ganzen Sache. Von Twitch spielt RPG Maker auf meinem Twitch-Kanal. Ich hoffe, ich kann ihn jetzt mal kurz zeigen. Twitch spielt RPG Maker, na klar kann ich mir zeigen. Cool. Uh, 18 Follower schon. Ähm, wäre cool, wenn wir bis, sagen wir mal, Sonntag, hm, 25 Follower schaffen. Hm, na, kommt Leute. Ähm, Link ist dann in der Videobeschreibung, aber ihr könnt auch einfach hier in die Suche eingeben. Twitch spielt RPG Maker, hier, das, da, zack, hier, ähm, 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 Linktext kopieren. Geht das hier irgendwo? Ähm, ne, nicht wirklich. Ich habe keine Ahnung, muss gehen. So. Ja, geht. Und dann könnt ihr auch einfach nach mir suchen. So, zack, hier bin ich. Ähm, so sehe ich aus. Und da klickt ihr drauf und dann drückt ihr auf das Herz für Folgen. Aber ich kann mich nicht selbst folgen. Ha. Ähm, ich kann mir nicht selbst folgen. Das ist schade. Dann drückt ihr auf das Herz. Achtet drauf, dass die Glocke schön aktiviert ist. Und natürlich auf meinem YouTube-Kanal dasselbe. Hallo. Ihr wollt doch die Benachrichtigungen haben. Ähm, dann wisst ihr immer, wann ich live gehe. Und vor allem, wenn ich neue Videos hochlade, wie das hier. Und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ähm, wenn es mal wieder neue News gibt. Jetzt in dem Fall, wie gesagt, ähm, Chris, der seinen neuen, ähm, Mapper sucht. Und ich werde euch auch weitere News geben. Zum Beispiel Rabatte für einen RPG-Maker auf Steam, etc. Ihr wisst schon Bescheid. Ähm, das Übliche, was ich halt immer so mache. Gut, das war's soweit von mir. Viel mehr wollte ich gar nicht erzählen. Ach ja, ähm, wieder 10 Abonnenten mehr. Wir sind jetzt bei 1720 Abonnenten. Ähm, wenn ich mal bedenke. Ähm, wir waren hier vor, vor einer Woche. Das ist verrückt. Oder sagen wir mal, vor zwei Wochen. Wird das grob gewesen sein, weil der rundet ja ein bisschen. Ähm, waren wir bei 1700 Abonnenten. Also, ach, wir kommen gut voran, Leute. Das gefällt mir sehr. Das gefällt mir wirklich, 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 wirklich sehr. Alter Schwede, Mann. Ihr seid so gut. Danke, 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 danke. Also, immer weiter abonnieren. Ähm, ich hoffe, ja, ich hoffe, ihr abonniert mich weiter. Habt Spaß mit meinen Videos. Ach ja, ich vergesse, Tutorials sind natürlich geplant. Mann, hätte ich beinahe vergessen. Ich habe Tutorials geplant. Ich muss da noch ein bisschen dran friemeln und alles. Ähm, werde ein paar Testaufnahmen machen, ob das auch so gut klappt. Alles, wie ich es geplant habe. Ähm, falls es nicht funktioniert, wie ich es geplant habe, muss ich es vielleicht ein bisschen anders machen. Aber mal gucken. Auf jeden Fall Tutorials sind geplant, aber das dauert noch ein bisschen. Da muss ich noch ein bisschen planen. Okay, Leute. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Mann. Und außerdem muss ich noch ein paar Probeaufnahmen machen. Wie gesagt, ob es dann wirklich klappt, so wie ich es geplant habe. Aber wenn es auf Anhieb klappt, dann wäre es natürlich perfekt. Ähm, Live-Workshops wird es auch geben, aber nicht mehr, ähm, jetzt die Woche. Vielleicht einen anderen Mal. Müssen wir mal gucken. Vielleicht nächste Woche Sonntag, dann statt dem Twitch-Spiel, der RPG-Maker, könnte ich vielleicht einen Live-Workshop reinschmeißen. Mal gucken. Das klären wir dann nächste Woche, was ich nächstes Wochenende mache. Okay. Gut. Tschüss. Das war es soweit. Tschüssli. Und bitte abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Sowohl hier, als auch hier folgen. Nicht vergessen. Und seid bitte da bei den Streams. So. Gut. Das war es soweit von mir. Ähm. Tschüss. Tschüssli. Tschüssli. Tschüssli.